Den ganzen Tag lang normales Dota 2-Spielen kann schnell langweilig werden. Doch die Community hat dafür vorgesorgt. In Custom Games haben sich begeisterte Spieler ausgetobt und interessante Varianten geschaffen. Wir stellen euch drei von ihnen heute vor. Wem das ganze Gefahr melästig wird und wer keine Lust auf die Laning Phase hat, der ist mit Overthrow gut beraten. Ziel des Modi ist es, eine bestimmte Anzahl an Tötungen zu erreichen. Dabei stehen weder Creeps noch Türme im Weg. Außerdem konzentriert sich ein Großteil der Kämpfe in der Mitte des Spielfeldes. Denn dort steht der Midas-Thron. Und um ihn herum bekommt jeder Held zusätzliches Gold und Erfahrung. Wer also Lust auf Kämpfe hat und den Rest von Dota 2 für eine halbe Stunde vergessen möchte, der sollte den Modus einfach mal ausprobieren. Auch mit den gleichen zehn Helden muss Dota 2 nicht langweilig sein. Das beweist Putsch Wars. Dabei ist der Modus sogar noch recht simpel. Es gibt einen Fluss, der das rechteckige Spielfeld trennt und auf beiden Seiten stehen jeweils fünf Putschs. Mit den ikonischen Haken dieser Helden versuchen sich, die schlechter gegenseitig herüberzuziehen. Denn einmal auf der anderen Seite ist man den Gegnern gnadenlos ausgeliefert. Ein verloren geglaubter Teamkollege kann aber immer noch gerettet werden. Der Haken wirkt nämlich auch bei Mitspielern. Gelingt es einer Mannschaft 50, 100 oder 150 Gegner zu besiegen, gewinnt dieses Team das Spiel. Bei Banjo Ball werden aus beliebten Dota 2 Helden echte Athleten und ausnahmsweise geht es auch einmal recht friedlich zu. Mit sieben weiteren Akteuren geht es auf den Platz und dann wird eine Runde Fußball gespielt. Das heißt, der Ball muss ins Netz. Doch es wäre nicht Dota 2, wenn das Spiel nicht noch mit einigen Extras überzeugen würde. So stehen jedem Spieler heldenspezifische Fähigkeiten zur Verfügung, um einen Treffer zu erzielen oder ein Tor zu verhindern. Wenn ihr also das nächste Mal keine Lust auf den Captain Mode habt, scheut euch nicht. Die drei vorgestellten Modi und noch viele mehr warten nur darauf, ausprobiert zu werden. Die drei vorgestellten LGBTf